Es gibt viele Athleten, es gibt viele Kämpfer, aber am Ende der Runde steht nur ein einziger, es ist der eine Kämpfer, der in die Geschichte eingeht, er ist der einzige und wahre Sieger. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 ZDF für funk, 2017